So und willkommen zurück zu ION! So, wo waren wir denn? Quest... Oh, habe ich einen übersehen? Okay. So, restlichen annehmen und dann wieder weitermachen. Einen Brief überbringen, jo, machen wir mal. Ach je, das ganze Sprechdinger hier. Okay. Einzige der hier. Okay, dann legen wir nochmal diese Spiral-Logniten. Ah, ja. Oh, da ist er wieder. Der verhasste. Na ja, so geht's irgendwo auch. Okay. 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 ledergürtel wir kriegen nur gürtel kann das sein wo sind die denn da sind noch meine frisse nein vergessen naja ok ich glaube ich sollte mir irgendwelche themen mal ausdenken irgendwas wo ich was ich erzählen könnte weil stinkt normal hier die mobs umklatschen da gibt es nicht viel zu erzählen außer dass ich jetzt noch sechs brauche nachdem hier und jetzt noch fünf und dass ich jedes mal das ja verklicke jedes mal vergesse die wache umzuschalten immer hier rücken aufpassen nicht dass mir der dicke wauwau da wieder in den rücken springt aber der kommt doch gleich wieder oder ich befürchte es doch schon ja so muss das gehen mit einem schuss so viel damage so noch einer dann ist die quest auch erledigt dann gehen wir die immer schnell ab und dann geht es ins nächste gebiet denn hier ist glaube ich nichts mehr ja ja so wir hatten die quest hier mir gegeben da oben wo links ist bestimmt nein ne da da klar voraus erledigt so fliegen wir mal rüber und zwar und da dorthin na gern gano gani gany 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 dan gany 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 Tollbar's Nordwald. Die Mucki eben war besser. So. Schöner Tag, nicht wahr? Ja, heute ist schön. Könnte ein bisschen wärmer sein. Aber dann wäre ich ja nicht mehr drin. Schade. Inventar ist ja nicht voll. Ah ja. So, hier irgendwo wird hier noch ein... Achso, das ist diese Vogelscheuche da. Klick und Klack. So, Kürbis und den Kokoru sammeln. Kokoru. Gut. Die passen wir dann mal. Denn... Kokoru sammeln wir nicht. Wir sammeln jetzt Hungerworks und Schreckenwork. Da ist ein Hungerwork. So geht das. So geht das. Das ist... Okay. So geht's. Okay. So. Okay. So. ach, dass ich immer zweimal drücke Hunger, Hunger, Hunger da tja für die Taktik bräuchte ich noch mal weiteren Skillen würde es noch besser aufgehen ich glaube, ich weiß nicht, ob man das so spielt wer hat schon mal einen Jäger gespielt? ich weiß, wer einen Jäger gespielt hat Fire der hat einen Jäger als Twink für unsere PvP-Aktion aber der ist jetzt seit ein paar Tagen nicht on den kann ich nicht fragen nur ja wie dem auch sei es geht auch so dauert halt einen Token länger wird sie wahrscheinlich schlapp lachen wenn er sich das Video anguckt ich könnte ja mal eigentlich wieder hier ein bisschen Buff Food fressen das ist das gleiche was ist denn das jetzt hier? Angriffe erhöhen dann können wir auch den hier wieder mitnehmen so äh drei Stück noch so da ich stehe auch wieder viel zu nah naja ich will sonst immer nur nachkampf lassen bis auf der Cleary so geht's auch so kurz check kurz check ok walk 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 da einer noch passt gebufft geschossen auto attack kurzer Hinterhalt und dann liegt er auch schon in seiner Soße so die sind fertig dann brauchen wir noch die Schreckenswalk die waren da vorne und zwar 5 an der Zahl Rücken noch ein schöner Rücken kann entzücken äh verklippt auch je und da fängt es wieder an was haben wir denn hier was war das da so das hier ist einer den wir eh anziehen wollten äh und dann haben wir noch welche zum verkaufen ja ihr hört nebenbei die Katze ist hier drin lasst euch nicht beirren davon dieses Mistvieh nervt mich heute nur wenn es so schlimm wird break ich kurz mal schmeiß den raus äh vergessen die Waffe wieder ach ja komm das machen wir noch zu Ende wenn was droppt muss ich halt gucken was ich wegwerfe warum bricht jetzt die FPS hier so zusammen was mag er denn jetzt schon wieder nicht die kannst du auch nicht überlisten kurz mal so ein Rücken springen dass wir mal nach vorne gucken weiterhin so einer noch dann gehen wir die Quest ab ich will gar nicht wissen wie das wird wenn ich da hinten in den Dings gehe um die